Herzlich Willkommen zu Promi Wheel Talk. Ich würde mich über deinen Daumen nach oben und dein Abo natürlich sehr freuen. Ja, es geht um Miri Mathieu und Florian Silbereisen. Miri Mathieu, sie liebt einfach Florian Silbereisen. Das hat sie jetzt offiziell bekannt gegeben. Die zwei verbindet ja schon jahrelang eine langjährige Freundschaft. Das wissen viele nicht. Doch Florian und Miri Mathieu treffen sich regelmäßig in Frankreich auf einem Café. Die beiden haben mir erzählt, sie sind sogar zusammen letztens mitten in Paris spazieren gegangen und niemand hat uns gesehen. Sie sagt, Florian ist einfach ein herzensguter Mensch. Ich liebe ihn, ich mag ihn und bei diesem Mann werde ich einfach schwach. So mir wie je Mathieu.